Ja, Piddy, ähm... Ist Marcel wieder da? Ja. Äh, ne Quest, die wir jetzt machen. Hi Marcel! Ja? Na, wie geht's? Wie wird scheiße? Boah, kaputt und müdevolle Arbeit und selber? Ja, ich hab's gehasst draußen zu sein, aber gut, ich bin ja jetzt wieder zu haus. Kann ich vor ihm ganz nachvollziehen? Wo bist du? Ich steh vor der Tür. Ja, bleib mal genau da, wo du bist, bitte. Mhm. Weißt du nämlich, was mir gerade passiert ist? Was? Du bist rausgeschlossen. Nein, ich bin unter der Map gewesen und bin gestorben. Moni cheater. Immer. Ich cheater immer. Das ist mein Hobby. Ich will nämlich wissen, wo die Tür ist. Ah, perfekt, danke schön. Jetzt können wir reingeben. Wollen wir dieses Patreon? Nein, das bin ich. Ja. Hab ich hier ne Katze beim Fuß? Ja. Ich hab ne Katze beim Fuß. Ich dachte, ich hab gerade so was Pelziges angefasst. Hm. Und das war nicht Gavin. Das ist Cavins Bein. Das ist Gavin. Ich hab ja auch bei TikTok gelöstet. Der Ehrenschenkel. War das eine Geburt hier? Ich hab hier irgendwas Gutes bekommen. Das hab ich bekommen. Das hab ich bekommen. Oh, sieht's besser. Bei mir ist gar kein Unterschied. Wart für ein Schmitz. Ja, die hat 10 mehr Schaden. Deswegen hab ich so mitgebracht. Also, ich hab sie ausgelöstet. Okay, Lira ist jetzt auch bei uns auf dem Discord. Hallen, Twitch Streamer. Das läuft heute mal hier, ne? So. Der Kanal wird größer. Die Quest kannst du doch bestimmt auch mit auswählen, oder? Quest verfolgen. Die verborgene Schwäche? Ja. Ich finde den Sensor. Das Schnitz. Das ist aber im neuen Teil, ne? Oh, und die neckt mich fett. Das ist weit weg. Und wir brauchen den Ekran. Das wird jetzt richtig, 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 richtig. Ich bin so froh, keine Wolken mehr auf meiner Map zu haben. Ich hab nur noch einen ganz kleinen Teil. Soll ich dir wirklich sagen? Schön, dich zu sehen, Storm. Das hat was mit Mäuse zu tun. Was müssen wir machen? Du kannst doch diese fliegenden Plattformen, oder? Ja, die wir kaputt machen müssen. Ja, das ist jetzt der Endgegner. Oha! Ich bin warte ich. Ich muss bisschen was kochen haben. Ich stirb, ich muss auch noch was kochen. Ich hab um nichts mehr zu machen. Ich war gerade es. Wie sieht eigentlich meine Putzung aus? 89% Ich hoffe, dass ich morgen wieder fahren kann. Auf Arbeit. Wollte ich doch, wenn es nicht so ist. Ja, eigentlich doch. Bist du heute humble? Nein, ich bin immer noch eine arrogante Otzer. Ne, der Kopf ist äh... Der Shame ist mir zu Kopf gestiegen. Habe ich kein Köfferchen hier, wo ich meine Sachen rausnehmen kann? Ne, ne? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber hi, Finn. Normalerweise fängt man ein Gespräch an mit guten Armen. Ich bin so schwierig. Genau. Und wie ihr, danke. Mir auch. Und dann fängt man an rumzuzicken. Ach ja, wenn ihr wollt, könnt ihr alle Pixel-Bier folgen. Ja. Weil wir wollen Johnny auf die Wunder bekommen. Gesundheit. Weil dann könnt ihr... Gesundheit. Das wäre echt cool, wenn ihr das machen würdet. Weil, ja. Dann kriegen wir Johnny auf die Wunder. Du hörst doch eigentlich schon die Musik da? Dieses... Dung... Ähm... Ich ja nur sowas, sowas schlagen. Jaja, genau. Ich such ein Dingens... Ähm... Was ist Dingens? Ähm... Wo... Ah, die Bewahrung... Die Kiste, wo du deine Sachen... Das kannst du nur in Lager. Scheiße. Ja, dann hab ich... Dann hab ich nicht viel Essen. Aber ich komm auch so durch. Dann töte ein paar... Tiere. Alles gut, wenn es irgendwo noch im Lager ist. Selbst wenn du jetzt selbst... Ich hab da gar nicht meine Nummer. Das war doch schön. Ähm... Ach, ich hab auch kein... Keine WhatsApp-Nummer. Das hab ich dir jetzt... Das ist für WhatsApp-Geschickt. Weil es gibt einen... Richtigen Plan, wie du da vorgehen kannst. Ah, da haben müssen die auch noch... Äh... Also es geht... Ich hab mir extra was angeguckt. Weil das soll nicht ohne sein. Also entweder machen wir das ohne... Oder wir machen das mit. Mir ist das egal. Mir ist das auch sehr egal. Okay, dann... Einfach rein da, oder? Du machst das alleine. Ja, ich bin ja bei ihr. Ja. Sie schafft das auch alleine. Ich bin mit ihm geworden. Ja, Phil, dann... Keine Ahnung. Meine Leute schreiben mir Hallo. Das Töne ist aber... Wenn sie damit... Äh... Die jetzt mitmacht... Kann sie sich bei... Kann sie die bei ihr... Überspringen. Weil sie sich schon gemacht hat. Können wir kurz aufkommen. Okay. Ich seh die Sensoren. Ich seh überhaupt nichts. Aber Yolo. Achso, ich bin schon auf dieser einen Plattform. Ich bin jetzt bei dir. Schnellreise zu dir. Oh, ich hoffe, ich flieg jetzt nicht durch den... Gut. Nee, du bist am anderen Ende gelandet. Fein! Verhalten! Stop! Ich nehm eigentlich nicht meinen E.K. Ich seh das. Ich seh das. Ich seh das. Ich seh das. Lärm. Mhm. Warum komm ich nicht auf diesen Preis vor? Ah, du bist da. Okay, ich seh das. Gesundheit. Deine Ahnung. Ich bin innerhalb des Questgebietes. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Selbstverständlich so ist okay. Wo ist der nächste Ballon? Äh... Dahinten ... Ah ja. Hier ist die Munition. Der Funkang hier. Ja, so. E.W.A.S. Kunst. Was meint er damit? Hier ist die Munition. Ah! Wir können hier beide mal kicken, was wir hier so mitnehmen können. Wintervoll. Wintervoll. Ist nicht ich gut, oder? Wintervoll. Eine von der Kraft zumindest ist schon mal durchzuführen. Bei mir ist eh immer ein Wintervoll. Das heißt, wir müssen einfach nur hier bleiben. Ja, wir müssen jetzt erst... Oh, oh. Was hat uns gesehen? Die Helis. Die leckt mich fett. Wo sind sie? Ah, Mann. Du bist zu weit weg, Bruder. Komm her. Weg. Da ist noch einer. Ne, den holen wir nicht. Das Loch ist ganz einfach. Juhu! Wie viele sind das jetzt? Ja? Jetzt. Und dann kommen da wieder... Ich muss mein E-Corn kurz schnell füttern. Dann kommen da wieder welche, die hier machen müssen. Ich hab nichts mehr für mein E-Corn schon früher. Scheiße. Eieiei, warum ist das da rot? Oh Gott. Da steht was auf uns. Ja. Wir sind Geschütze. Scheiße, die ganzen. Oha, Bruder! Komm runter! Wer ist denn da so sauer auf mich? Du! Wer schießt da noch? Noch im Geschütz. Böses Geschütz. Das werden immer mehr. So. Penis müssen weg sein. Jetzt müssten wir hier in der Nähe bleiben wieder. Scheiße, ich hab auch nichts für sie. Das ist jetzt richtig belastend für uns beide, ey. Egal, wir kriegen das hin. So. Machen wir nichts hier liegen? Nein, doch. Wow. Wir haben Kisten hier. Warte. Ich steige kurz ab. Aber ich geh mal aus dem Weg. Wenn ich ja auch... So bin ich doch trotzdem noch in der Nähe, oder? Ja. Kann mit absteigen. Und gucke. Inventar voll. Was? Was ist denn? Was stimmt da nicht? Halt's mal. Was? Wir sind doch nah dran. Wo müssen wir hin? Das finden wir gleich hier raus. Verborgene Schwäche. Welche Anlage? Die Anlage hier vorne? Warte mal, was? Ich sehe, nehme ich denn hier keinen Mix auf der Map oder so. Das wird doch nicht jetzt die Anlage sein. Das kann doch gar nicht sein. Das wäre aber die Logischste. So. Flieg zur Luftabwehrstation über der Südwest. Ah, hier. Südwest. Wir müssen zurück. Flieg durch die Schwärme hier. Dann kann sie was essen. Perfekt. Ah, und der Fluss. Ja. Ja. Ich flieg direkt auf den Fluss zu. Johnny Beppo sagt Danke für... Äh, Johnny sagt Beppo Danke für den Follow. Gerne. Wie viel fehlen sie noch, damit du auf 100 kommst? Was? Er braucht 100 Follower auf Twitch erreichen. Auf Beppo? Nein, ähm, Johnny. Das ist ja gerade bei mir im Twitch-Stream. Ah. Pixelbier. Noch drei. Das kriegen wir hin. Mein guter. Ja. Twitch. Wie denn? Pixelbier. Wie, okay. Und jetzt? Ach du heilige Scheiße. Los, Storm. Oh, leck mich jetzt. Ja, ja. Da können wir aber nicht mit dem Ekran rein, oder? Ich weiß es nicht. Ich flieg gerade erstmal nach oben. Ich seh'n aber schon Weltschoman. Oh, Alter. Ja. Die sind abwehrgeschützt, ja. Und jetzt? Ohne Ekran? Ja, ich muss ohne Ekran. Warte, ich parke meinen hier hin. Ich auch. Scheiße Warnung. Auto herstellen. Schnell, schnell, schnell. Zurück, hoch, 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 hoch. Wo sind denn diese perfekten Schlösser, Mann? Da. Da ist einer. Oder wo bist du denn? Ich bin durch die Vordertür reingegangen. Jetzt fällst du. Ich komme. Scheiße, ich glaub der macht Alarm, oder? Ja, bei mir ist Warnung. Dein Ekran kommt wieder hier rein. So ne doofe Nuss, ich hör's dir. Die hat so Probleme mit dem Verlassenwerden. Scheiße, was ist da rot? Nein! Mensch. Oh, hier ist jetzt alles rot. Mein Ekran fliegt einfach weg, wenn ich immer runter geh. So, was müssen wir überhaupt jetzt machen? Wir müssen da unten irgendwie rein. Wir müssen in das Gebäude rein. Oh nein! Oh mein Gott! Ähm... Oh nein, oh nein! Oh! Wo ist denn der Hund? Oben! Okay, er sagt Danke, Moni, für den Pollo. Gerne! Ach so, jetzt sind's noch zwei, ne? Ah! Alter! Alter! Okay, er ist weg. Oh mein Gott, jetzt kommen aber drei andere. Ich laufe. Einfach mit der Pumpe drauf. Naja, das kommt jetzt. Jetzt kommen die Call of Duty, äh... Bereit für einen Kampf? Oh, weg krieg! Uah! Der ist weg. Der ist auch weg. Warte, wo ist denn hier noch einer jetzt? Alter! Was schießt du hier auf mich? Ja, du wolltest ja keine Freunde sein. Kommt noch einer! so die schlüsse befinden sich im wartungsgraben und ist und wir von unten irgendwie rein das können wir doch jetzt mal kicken okay wieso soll ich das jetzt benutzen marcel an der erste flexten wie kommen wir da jetzt rein aha guck mal hier das ist einfach nur um rein oder raus zu kommen hier unten nein da rein das muss man doch irgendwie ausstellen können das ist aber nirgendwo was ja alter ist ja nicht viel wasser wenn ich da rein springe bin ich ja sofort weggefetzt hier wird ja auch die ganze zeit dieses ding angezeigt oh mein gott es sind diese elektrischen dinge da können wir nur reingehen oder ja aber dann werden wir weggefetzt ähm was ist denn jetzt los was ist denn mit karsten los fliegen wir warte ich bin am ich habe was gehackt ja ich habe gerade ein problem was denn ich bin stuck ich komme hier gar nicht mehr weg da bist du über mir ich bin über dir niemals bin ich nicht naja ne ich bin stuck in der ecke in der ecke in der ecke wieso weder schwimmen die gerade nerven da bist du ich komme da nicht mehr weg ja hier hey du fliegst auch ja ich kann nichts machen ich glaube dein spiel hat sich aufgehängt ja guck sie sie fliegt in der luft kann ich nicht irgendwie schnell tot machen oder so ich will jetzt die quest nicht jetzt von vorne anfangen weil ich jetzt die stuck bin ich kann dich auch nicht erschießen ja kannst du kein teepot machen auf eine stelle schnell reisen ja ich kann auch keine schnell reisen ich kann sogar schießen ja du fliegst ja bei mir hier so jetzt ja dort kann man es am besten betrachten oh ich werd gleich sauer alter also ich guck mal nicht dass ich die quest machen kann und dann genau ich glaub ich aber es wäre mal nicht so schlimm wenn du wieder reingehen musst weil normal was kannst du dann einfach kim join wenn ich ich kann ja nicht raus gehen weil dann fliegt sie auch raus ja aber das hattet wir auch wo wir beide raus geflogen sind normalweise wenn du ein checkpoint erreicht hast ich hab mal eins kaputt gemacht was noch zerstörwurst noch so ein schloss bitte bin ich gerade dumm ach hier bin ich daran vorbeigelaufen bin ich echt daran vorbeigelaufen wie so eine hohle nuss oder wie ja so äh werde ich jetzt angegriffen ja ich glaub schon ich bin nicht gut unter zeitdruck das hat man heute morgen gesehen heute morgen gesehen als ich mit meinem auto geheult habe vor stress oh mein god oh nein es kann sein dass ich sie gemacht wie groß ist sie ich frage mich halt wie viel ich noch machen muss weil ich bin drin die krim wollte mit ihr reden bei mir steht finde den kontrollraum ja bei mir auch aber wo ist sie da ist ein blauer punkt ich kann dir das leider nicht markieren ich würde sie gerne markieren nein du brauchst keine verstärkung ja hier ja hier 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 guten abend hei hallo ich komme nicht rein hatte oh mein ach das ist okay ich war jetzt verwirrt wer ist das der von tik tok gestern wir sie von vorne anfangen ja lass das machen wie mache ich das rausgehen ich gehe einmal zurück zum hauptmenü und dann würde er die grau schmeißen und ich muss sich gleich noch mal oder der spiel 5 gegen will ich spiele ich suche einen mietwagen wieso das denn weil ich keinen bock morgen bezug zu fahren wer hat das gesagt wir landen wieder genau da selbst so aber macht sehr der spiel du weißt ja wie du da eben reingekommen ist ja wie gesagt jetzt gerade komme ich mal noch mit was halt was einfach morgen bauchschmerz wieso spielt er sind so oft ok ja nach links nach links ich habe schon vor arbeit und wieso ist kevin wieder nicht in unserem chat ich habe keine ahnung vielleicht macht mir so eine depression so ohpala das ja jolo kein nein geh weg wie viel kostet avatar eigentlich ist also es ist abhängig äh spielst du es auf einer konsole gerne oder am pc äh pc ich spielst du auf lützebolsch pappo ja ok dann noch auf lützebolsch also wenn du um pc wenn du direkt über ubisoft hältst geht das ein bisschen billig du müsstest bei 45 euro außer selten river oder du willst noch denken noch king 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 ja aber du sind preiser verrärend du ganz oft also du kannst die chance nach ihnen so um die 48 euro zu fanden aber sonst sind durchschnittspreise so bei 50 ok ok wie war ich vorhin wo so ein spiel aus wickelster wird ist es da ja eben oh nein schrei doch nicht so laut hallo wo bist du also du bist über mir ich bin hier oben ja aber muss doch nicht so laut sein wo bist du ich such mir wo muss ich hin ich bin verloren ich bin hochgejumped äh parkour 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 machen so jetzt wohin auf jeden fall musst du am ende hier sein warte wo bist du jetzt wo hallo hallo stehe ich stehe ich hab kein bleiben wo du bist ach da bist du hallo hier ah da ok ok komm ich da hoch oder wo muss ich da jetzt wieder parkour machen äh ne du kannst eigentlich da direkt hier hoch springen ne ich glaub ich muss da hinten glaub ich hoch ach so ja doch genau da hoch und da musst du links hoch ach du meine Hacker dann hinter dir jetzt wieder hoch mann ich hasse diese älteren 2-Totems was ist hier jetzt Assassin's Creed man aber woop dann machst du den hier dann machst du den hier dann machst du den hier alter Assassin's Creed ja 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 aber auf ähm Twitch Twitch Tiktok ich hab auch so auf Tiktok du nicht? komm ja hast du dir viel Kapp eingefunden? ne und ich hab auch mal ne ich bin so Dürfen ja Beppo wie halt du musst ihm sagen wie du heisst auf dem Dürchen Beppo Schokola also wählen quasi ist es ja hier haben wir noch Munition und so ich glaub wir brauchen jetzt so übelst viele Munition ich glaube wenn wir jetzt beide hier draufstehen wird uns zu den arsch was wo draufstehen aber es geht jetzt runter ich habe angst wie hast du einen umgewerft ganz immer schon Er hat uns verraten. Der Hohensohn. Die Bitch. Entschuldigung. Seppo, er hat uns verraten. Verräter genau wie Alma. Wie? Was soll doch hier wieder auslaufen? Der hat komplett den Schuss durchgehört. Ich will ihn töten. Ich will ihn töten. Ich will ihn töten. Monique, wieso ist er gewolltätig? Weil er gemeint ist. Hält er uns noch fest. Ich will ihn töten. Er hat keinen zweiten Versuch verdient von uns. Er hat keinen zweiten Versuch verdient von uns. Was gelieft? Ich will ihn. Achso, Haelys, Haelys, Haelys. Wo sind wir gleich da? Hilf den Hackern des Widerstands, die sich bei... Wir müssen... Test, test. Ja. Ah, doch. Du bist richtig. Ich sehe dich gerade rein. Im Chat. Ah, ne. Der hat einen Film. Der hat einen Film. Scheiße. Okay, ich mache es anders. Was war denn früher? Ich hatte... Scheiße. Hast du mich sorgt, dass du Poil likest? Was wollen wir jetzt hin? Ja, das definitiv. Komm, komm. Komm, komm. Hier lang. Ich kann nicht mehr. Das Problem hast du, dass es in einem ganz anderen Algorithmus ist, weil wir schon in Frankreich sind. Also... Drake ist bei mir, ja. Der, der Drake, der Rapper. Hast du ein Problem damit? Dann brauche ich ihn. Denkstabobster. Ich mache es denn hier unten weg. Oh, leck mich doch am... Na? Wo ihr wollt. Hi, Phil. Wie geht's? Ich bin einfach überfordert. Ich muss hier sprechen. Da schauen. Das ist gerade ein bisschen... Alter, lass doch meinen Ekran in Ruhe. Ich komme! Ich habe schon gestern übelst überfordert. Also auf einmal bekam ich da einen Rate von 16 Leuten. Einfach mal 28 Leute auf einmal. Ich bin auch auf dem Boden. Warum neust du nicht? Seit wann kennt ihr euch eigentlich? Die Kim kenne ich jetzt seit... acht Monaten. Ich kenne Kim über ein Jahr. Über ein Jahr. Zwei Jahre? Ja, fast. März, glaube ich, sind zwei Euro. März, April. Aber wir zerfetzen die gerade voll. Muni, Muni kennen wir seit... Samstag. Das fühlt sich schon gar nicht so an. Ja, es hat mir definitiv gefallen mit dem Rechte. Oh, ich will dich ja auch brennen sehen. Wo bist du? Bekamen sieben neue Follower dazu. Ein paar Bits. Konnte mich nicht beschweren. Gesundheit. Wir sind ekelhaft. Wir sind ekelhaft. Danke. Ne. Alle guten Dinge sind drei oder vier. Eigentlich heißt das ja drei, aber... Drei. Ja, ich brannte auch. Ich bin nicht weg. Irgendwo sind hier doch noch welche. Ich habe eh mit deinem Maul, du Protzer. Oh, halt immer. Wir kennen uns ein... Mensch, wo muss ich denn hinlaufen? Wir müssen den Widerstand finden. Ich habe so den Überblick hier verloren. Hier steht gerade aus. Das war in irgendeiner Höhle. Wir haben uns aber auch alle durch Zufall kennengelernt, Drake. Ich gehe mal hier von nach oben. Und gucke kurz. Das sieht schon mal nach dem Widerstand aus, der Heli hier. Es sind noch welche. Okay. Bevor die uns jetzt abfacken machen, die sind weg. So sind weg. Und du warst für wohl? Du musst auf jeden, um so eine Bappe. Ich meine, das wissen sie schon an jeden Haut. Weil hier ist der Heli. Versteckt. Es ist eigentlich eine Höhle, wo wir rein müssen. Warte, ich kann mal zuhören. Die Frage ist... Wo genau müssen wir hin, Widerstand? Hast du mit mir geschwärt? Ja, schon mit dir geschwärt. Das ist ein Widerstand. Ein Widerstand, bitte. Für wo warst du? Wir waren da ja... Wir sind ja jetzt bei diesen Dingserbumpen da. Für Gräfe Macher. Für Gräfe Macher, okay. Hier sind irgendwo zwei Wasserfälle gewesen. Und du? Es sind, ähm, grundsätzlich erst die Dingserbundenerver zu gründen in Frankreich. Das ist vielleicht hier, wo ich gerade bin. Ja, jetzt wird uns gerade was angezeigt. Hier oben vielleicht? Das geht doch nicht, äh... Wie geht es nämlich irgendwie runter? Da, da sind wir jetzt nervig. Ich muss heute Parkour laufen. Und heute sind so Pfeiler, die da wissen, wo du hinlaufen sollst. Damit ich vorne nie die nächste Pfeil. Ich hasse die Sorrentum-Tote. Wo ist Monique? Ah, da ist sie unter mir. Ein Totem auf einem Hügel. Zwischen einem Wald und den Bergen. Geht es da rein, wo du gerade reingegangen bist? Über einem weiten Tal. Ja. Ist es nicht das, wofür die Sorrento stehen? Wir sind in der Mitte. Unparteiisch. Bringen alle zusammen. Auf Augenhöhe. Ich frage mich, wie viel die Clans wohl erreichen könnten, wenn wir so wie unsere Ahnen handeln würden. Wir sind in der Mitte. Endlich. So. Hast du mein Ikran? Mann! Flay nicht weg! Das ist dumm! Komm mal hin! Toll, man hat mich wieder nicht gehört. Ah! Ja, mein Ikran ist einfach weggeflogen. Ich hab keinen Bock mehr auf dein Gesicht. Gibt's in dem Spiel auf dem großen, roten Ikran? Oh, ich stehe im Feuer. Ja, aber der tötet uns nur. Wir können ihn nicht fangen. Wahoo! Und der fetzt uns weg mit einem Schlag. Der nimmt mega viel Leben weg. Ja. Du musst mich festmachen irgendwo, wo du dich mit ihm liebst. Und der hat mich einmal weggefetzt. Achso, warte am Lagerfeuer. Okay. Lüfte zusammen? Ja. Man kann zu zweit spielen. Leider nur zu zweit. Hier ist nämlich das Lagerfeuer. Was voll doof ist. Dass wir hier Zeit vergehen lassen. Ich bin eine Fetze. Der wird nicht gefetzt. Der Niko nicht fetzen. Und gleich sehen wir wieder eine Fetzei. Wir haben auch hier Verstärkung! Wir werden nicht verfehlen. Ja. Oh, korrekt! Wieder raus! Okay. Okay. Ich sage Feuer auf. Aha. Hey, dann sieht der Wichser. Immer noch. Sprich mit ihr. Mit wem sollen wir sprechen? Ist vorbei. Der letzte Schlag. 18. War's das schon? Das war's jetzt. Und jetzt ist das hier. Der letzte Schlag. 18. Reise zum Versteck des Widerstands. Ja, toll. Wo ist er? Sag mal, wie stark ist eure Pumpen? Der ist hier oben. Wie stark sind eure Pumpen? Wer sind die Pumpen? Die Waffe. Achso. Wappenpumpen. Pumpguns. Achso. Ich will nicht, dass ihr beide euch verpfangen und dass ihr euch im Spiel mit anderen fetzt. Ja, das machen wir. Das machen wir gleich. Ähm. Warte. 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 Ich geh nur kurz, ich geh nur kurz hier rein. Weil vielleicht kann ich mich, ähm, mich stärker machen. Ja, hier müssen wir auch rein. Hier müssen wir auch rein. Hier müssen wir sowieso rein. Sag mal, wir können wir mal hin dazu zocken. Ich will gucken, ob ich hier irgendwie, ähm, mich hochleveln kann. Ja, mach. Mach, mach. Und Scheiß. Und Scheiß levelt mich hier hoch, Bruder. So, wir müssen wohl gleich dich. Brauch ich da gleich. Wollen wir aber rein? Wie viel hab ich mir? Ist irgendwo noch einer. Ja, Skillpoint. So ein Schwitz ist schon da drin. Ich muss in der Nähe sein. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Dann bin ich fast 18, ne? Kann ich das was passen? Wie bist du noch nicht 18? Nein, ich, ich bin nur dabei die Map aufzudecken. Und wenn ich dann mal spiele, spiele ich mit ihr ihre Basen. Das heißt, ich mach nach nichts. Außer hin und her laufen. Also ich fuchte 18, wo ich in den neuen Widerstand da rein kam. In die neuen Base vom Widerstand mit den neuen Sachen. Leider nein. Leider nein. Das Schöne ist, dass wenn du die Quests hast, kannst du sie überspringen und sie ist fertig. Ja. Deswegen, ich habe mich jetzt irgendwie auf. Alter, warum kriege ich nichts an? Ich dachte schon. Hier wäre ich 18. Wie viel Uhr spielt ihr heute? Ja, genau. Okay. Wenn das reicht. Ähm. Ich würde sagen... Ich denke, bis 1, 2 Uhr. Wo? Nee. Bei mir spätestens 11 genau. Beppo, also? Ich arbeite ja nicht. Beppo, gehst du nicht arbeiten? Das ist eine gute Frage. Ja. Nee, ich gehe... Ich gehe ja erst am 24. wieder. Ja, er weiß das ja nicht. Das würde ich da... Ein Wehwehchen gemacht haben. Uh, ich bin hier. Komm mit dir. Ja, mein Knäuer ist besser gefackt. Dafür kann ich momentan nicht schoffen. Du hast gar nichts verstanden. Ähm. Obnahme und Examen für die Polizei. Ich vermisse die großen Jagden von dir. Ich bin aus Gefahr. Ja. Wir sehen hier so schön vom fahlen Leer den Triple. Was sind denn so gesieg, gefolge Alwalda, das ist immer. Also, so Plot für mich nur ist das, was kannst du nicht mehr gehen. Gezern war ich bei den Wiedeln. Oh mein Gott. Pekinese! Ein Pekinese. Beppo hat sich geoutet. Fandet ihr Avatar 1 oder Avatar 2 besser? 1. Ich hab noch gar keine der beiden gesehen. Der Ritz ist voll jünglich schwer. Beppo ist einfach komplett gesteuert. Wie kannst du miteinander? Und du spielst das Spiel? Da ist dem Kimsing schon. Wo bist du? Wo bist du? Ich steh direkt vorher. Was ist das weg? Was ist das weg? Wir müssen mit Rinella sprechen. Ich fand Avatar 1 am besten. 2 war... 3 komm nächstes Jahr. Ich fand 2 lang... Nächst ist das schon? Ja, ja. Krass. Die GTA. Avatar und GTA, glaub ich, sind sie auf der selben Klasse. So lange wir die brauchen. Komm schon. Ich stehe hier, warte mal schauen. Vielleicht ist sie sicher. Wir müssen uns den Baum da merken. Wo die Pfeile nicht öffnen. Gut so, Storm. Da geht es nämlich rein. An der Wache vorbei. Jetzt... Ja, können wir machen. Können wir machen. Ich spiele nicht besser lange. Wie gestern. Ja. Normalerweise werden wir ja sogar... ...dull, wenn Marcel mit uns spielt. Marcel? Marcel? Ja, ja, ja. Marcel. Du hast keine Wahl. Du musst mit uns spielen. Ja, Marcel. Also... Oh, hi. Ich habe eine Waffe bekommen. Warum habe ich eine Waffe bekommen? Ich habe da gar nichts gemacht. Ja, gute Frage. Das ist hier der letzte... Der letzte Kampf jetzt. Was? Nee, das regt mich so auf, dass du bei Automietung... ...außer Mails überall mit Kreditkarte zahlen. So nervig, Alter. Was willst du denn bezahlen? Mit Snickers? Nee, ich habe nur eine Giro-Karte. Wieso hast du keine Kreditkarte? Ja, in Luxemburg ist das... In Luxemburg ist das schon ziemlich. Ich habe Panik jetzt schon. Hilfe. Ja gut, bei uns ist das üblich, dass jeder eine... ...Giro- und Kreditkarte hat. So gut, so lasse ich keine ab. Jetzt haben wir die letzte Basis, ne? Ja. Ich bin gerade dabei, alle meine Sachen aufzuladen. Ja, die muss ich auch noch abzahlen, meine... ...Kreditkarte. Das Problem bei der... Das Problem bei der... Das Problem bei der Giro-Karte ist, dass wir die äh... ...Kaution... ...abbuchen... ...und dann wieder irgendwann zurückbuchen. Das ist eine Zeit für den Arsch, ey. So viel knete habe ich auch nicht mehr auf dem Konto. Wir fliegen jetzt sozusagen so als Gemeinsamkeit und vernichten das letzte Gebäude. Wir werden jetzt alle mithelfen. Was geil ist, dass unsere ähm... ...Giro-Karte gleichzeitig ähm... ...eine Visa-Karte ist. Oh, bei mir nicht. Was genau... ...was... ...was ist unsere... ...Giro-Karte? Eine Giro-Karte funktioniert quasi auch für eine Online-Karte und sicher... ...eine äh... ...eine Internationale-Karte. Das verwirrt mich immer so brutal, weil Luxemburg andere ähm... ...Wörter für alles haben. Eine Giro-Karte ist eine Debit-Karte. Okay. Aber ich habe eine normale Debit-Karte. Ich habe keine Visa oder Mastercard. Ich habe nur eine Debit-Karte. Ja, weil bei uns hat er das umgeschwenkt auf Visa. Das heißt, du hast äh... ...die normale Giro-Karte ist bei uns eine Visa-Debit. Und äh... ...die Kredit-Karte ist ne... ... eine Visa-Kredit. Eine normale Debit-Karte. Ich habe sowieso... ... oder ich glaube ich habe vier oder fünf Karten. Waaahhhn... Also... ...no Flex auch. Aber die Karte im Rot im Bereich. Nöööööööööö... Ich glaube... ...ich glaube ich hatte das noch nie. Das wird jetzt richtig fetter hier... Sie nutzen einfach Kevins Karte. Weißt du Kevin, die sind nur ein Minus. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Was? Alle Clans helfen mit jetzt. Danke für den Lörg, Blackie. Und immer schön lernen, also. Wer muss lernen? Blackie, Blackie, er muss Mathe lernen, hat er geschrieben. Mathe ist einfach. Ja. Ich schreibe morgen Arbeit. Ich kenne dich, du bist wieder der, der bis drei Uhr wach ist. Oha, hier sind wieder Gegner. Ich bin jetzt auch am Morgen. Nein. Ob wir Amongas spielen. Äh, Kettles. Aber, keine Ahnung, warum hast du... Baut sich Häuser, äh, äh, fügt deine Familie ein und zieh die Türen wieder raus. Nein, er will sich mal als Frau fühlen, er spielt eine Frau. Vorhin hat er Fortnite gespielt. Das ist der Baumsturm, glaube ich. Das hier wird so ein übler, 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 übler Kampf. Ja. Morgen ist Freitag, ne? Ja. Ich bin so verwirrt. Ich bin so überfordert, weil Micha will mit mir spielen. Dann würde ich ja mit Munik die Sachen machen. Dann haben wir noch Weg der Fortnite-Spiel. Und dann Samstag, ähm, ist übrigens so, spiel ich ja mit Johnny. Bloß nicht zur Basis fliegen, ne? Ne, ich geh zu dem Punkt, ne. Okay. Davor. Hat viel zu tun. Ja, ich hab, ich hab komplett verfallen. Ich hab dir schon gesagt, mach Terminkalender mit reinfordert. Ich will halt niemanden vor den Kopf stoßen, weißt du. Worum geht's? Ich war grad so konzentriert, wie wir es im Nichts geschickt haben. Ne, dass ich manchmal halt, dass mehrere Leute mich fragen zum Zocken. Und ich bin dann so, ja, ja, machen wir. Und dann hab ich vergessen, dass ich schon einem anderen Ja gesagt habe. Und das ist nicht böse gemeint. Ich ver- ich vergesse das einfach nur. Ich kenn das. Das ist echt nicht böse gemeint. Ich ver- pens's nur halt einfach, ne. Weil die einen fragen dann über Discord, die anderen über Twitch, die anderen über, über WhatsApp. Und dann bist du plötzlich so, ja, ja, ja. Und dann hab ich's vergessen. Äh, das ist jetzt natürlich nicht gut. Ich hab kaum noch Stöcker. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier was in der Nähe hab. Kim, die Ja-Sagerin. Ne, wir haben hier nichts in der Nähe. Scheiße. Ich hab sonst keine Pfeile. Es hat nichts, ich guck, ob wir kein, kein Ups oder sowas hier finden, weil dann schlipp ich das nicht schon. Okay, ich guck, ob wir hier frei... Ah ja, hier sind, haa, Stöcker. Ich fress ein Resen. Na ja, Beppo, es ist nicht so, aber ich, ich nehm halt immer jeden mit, weißt du? Das klingt auch schlecht. Ich nehm halt immer jeden mit, weißt du, wie ich das meine, Leiter. Komm, steig in mein Auto, ich hab Süßigkeit. Willst du meine Kekse, wie? Fuh dir da Muni an den Tisch. Oh, Stöcker. Du findest hier kein Ups, Mann, hier ist Feuer. Hier sind Bambus, Sturm, Himmel, Bambus. Monique, hast du nicht die eine Fähigkeit aktiviert, dass du deine Pfeile wieder aufheben kannst? Doch, ich hab alle Fähigkeiten aktiviert. Ich mag es hier nicht, es ist mir zu dunkel. Kannst du mich hören? Jo. Okay, ich dachte, mein Mikro ist schon wieder abgekackt, ey. Wird dir Kaukast-Walk? Hab ich noch nie gespielt. Mir gefällt es halt nicht, Kaukast-Walk, weil man nicht aimen kann, außer mit der Sniper. Ne, was machst du dann? Du schießt aus der Hüfte. Oh mein Gott, das ist ja gar kein Spiel für mich dann, ne? So, ich geh mal wieder zum Eingang da hin. Ich hab nur ein paar Stöcke, aber besser als gar nichts. Ja, findet man eh nix. Alter, guck, wie groß diese Scheiße ist. Boah, Level 18. Wir haben eben ne 19er gemacht, komm schon. Die war einfach. Das wird bestimmt auch einfach. Mein Gott, mich ballert schon bestimmt. Die Monique ist einfach motiviert. Alles einfach. Ich hab nen Höhleneingang gefunden, hä? Ne, ich bin drin. Ach so, ich dachte schon, wo bist du denn? Warum kenne ich dich nicht? Warte, ich geh wieder an den Anfang, damit du wohnst. Weil die Dinger haben mich im Auge. Der Baum stolz ist hier. Nein. Bis von der anderen Seite? Ich hab mir ein Schuss in den Baum gekauft. Ich laufe zurück. Hör auf, auf mich zu schießen, Boah, Mann. Du kommst mein ganzes Leben weg. Ich würde gerne Essen abgeben, aber... Ich hab grad nen Vieh, ich hab grad nen Vieh erschossen. Aber, jetzt geht's wieder. Ich hab ne Disharmonie gemacht. Hast du wieder Tiere unnötig getötet? Ich hab eins auf eins umgebracht, Mann. Letztes Mal hab ich die ganze Herde. Was denn? Es nickt. Spielt ihr eigentlich lieber mit Controller oder mit Tastatur? Ich spiel beides. Echt? Ich spiel mal Controller. Echt? Jetzt auch Avatar? Hm. Avatar spiel ich auch mit Controller, aber ich spiel eigentlich beides. Also, mich stört das nicht. Ich spiel alles mit Controller. So. Ich bin absolut scheiße auf Controller. Aber das ist nebelig. Ich spiel alles mit Controller. Johnny ist wieder da. Wunder. Johnny fehlen dir immer noch zwei Leute auf Twitch. Ich geh den Leuten jetzt so lange auf die Nerven, bis sie sich... Der Marcel hat das noch nicht gemacht. Marcel? Ben? Ich hab den. Ich hab den. Hast du Johnny nicht gefollowed? Ja. Oh Gott. Wohin gehen wir denn irgendwie? Wir haben vier langer Sohn. Also, es wäre egal gewesen, von welcher Seite. Okay, alles gut. Uff. Uff. Wohin? Uff. Okay. Tauchung? Beppo, spielst du jetzt eigentlich alleine? Ich spiel immer miteinander. Weil wir können nur zu zweit spielen. Ist echt dumm. Aber gut, ich mache hier mal alle Collectibles, die du so sammeln kannst. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Nein, ich laufe einfach. Ja, ich kann halt Bursstation machen. Ich versuche nur nicht abgesehenes zu werden von den Schrein. Ich habe gestern fast zwei Stunden gebraucht für den neuen Teil aufzudecken. Ich habe gestern fast zwei Stunden gebraucht für den neuen Teil aufzudecken. Und mir fehlt ein ganz kleines Stück noch. Haben wir noch durch die Wolke flayen? Ja. Du musst durch die Rollhecke flayen, für das die Map auf das D-Plastisch aufgedeckt wird. Und dann findest du, wenn du die Map aufgedeckt hast, und dann siehst du wieder Pünktchen, die Collectibles sind. Ich habe Scheiße gemacht. Die Gegner haben mich gesehen. Oh, natürlich für mich nicht. Ah, komm. Ein bisschen, wenn ich hier unten springe. Oh. Oh. Oh, he he. Die Schuss. Oh, komm. Ja. Ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Nee. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh. Oh, ich bin weg. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Lecky, hörst du mich? Wenn ja, kannst du bitte Johnny folgen auf dich? Puh. Ich warte jetzt hier, weil ich habe einen einfachen Weg gefunden. Einen einfachen Weg, wenn ich sage. So wollte ich die Basehine dann hören. Ja. Ich mache gerade einen kleinen Speedrun. Jump. Oh Gott, das ist runtergekommen. Ich über die Takes Two, ich glaube es ist nicht los. Ich runter. Ja. 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 Ich geh kurz rauf. Ich hau später noch mal vorbei. Okay. Bis später. Wie wir einfach hier so reinfetzen, ne? Ja, Mann. Okay, wir sind schon mal drinnen. Hier müsste niemand mehr sein. Wir müssen da hinten hin. Doch, da hinten ist noch einer. Der hat uns gesehen, der hat uns... Echt? Wo? Weg. Ich hab ihn weggemacht. Oh, ich hab ihn nicht getroffen. Halt's mal auf. Oh, oh. Okay, 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 okay. Also, jeder, der mir gerade auf WhatsApp geschrieben hat, ich antworte. Ich bin nur hier gerade ein bisschen... Ich sehe hier ständig so mein Bildschirm so aufkloppen. Oh, das wird ja jetzt richtig episch jetzt, wenn wir die alle reinholen. Oha, oha, das mag ich nicht. Tür ist offen. Ich will hier noch mal eins. Stöcke nehmen. Oben. Stöckchen. Hier runter. Monique hat wieder überzogen, es ist 21.04 Uhr. Wie, hast du dir eine Zeit eingesetzt? Ja, wie eigentlich immer. Aber wie mit uns immer. Wir schließen schon draußen. Hältst du sie schon im Strand. Wie kommen wir jetzt hier raus? Hier, oder? Ja, hier können wir hochklettern. Ja. Okay, okay. Kommst du denn hin? Hier hin? Ja, das ist ja dumm, wir müssen hier hin. Was machen wir da? Ähm. Ah. Wo? Wo bist du? Da. Ich wurde jetzt hier zu dir teleportiert. Okay, da hinten Leute das klauen. In die Richtung müssen wir. Oh mein Gott. Was ist hier gerade passiert? Gleich müssen wir rennen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Jede Seite, jede Seite, jede Seite, jede Seite. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Nicht stressen. Ihr werdet sterben. Leg dich hin. So, erst weg. Hinter uns. Neue. Alter, sie werden immer stärker. Zusammen sind wir stark. Scheiße. Boah, ich bin fast gestorben. Ist weg. Nein, das war nicht alles. Oh mein. Oh mein. Oh. 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 Hey, ich konnte überall. Okay, jetzt fang ich es auch mal höchst zu werden. Hey, ich konnte überall. Sie darfst nicht stehen bleiben. Das ist unser Tod. Ja. Wieso sind sie gerade alle? Warum hat jemand sie? Oh nein. Oh nein. Ich finde heraus, wer sich im Kontrollraum befindet. Das kann ja nur tailern sein. Ja, oben. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Wir müssen da nach oben. Ich sammle jetzt mal alles ein. So, hier hoch. Oder was? Geht ja so. Ich muss ja den Weg nach oben gehen. Da hoch müssen wir hier hoch oder wehen? Ja. Ja. Oh ja. Wahnsinn. Ich glaub das ist tailern. Ja. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 er wird sterben der täler müssen gleich die kann mit 3 reinlassen oh ja das hast du er wird sterben er wird so hart sterben er wollte es aber er hat verdient sich ich bin da ganz er war ehrenloser buster wegen ihm sind leute gestorben ich habe am anfang ich gedacht das wäre mein spiel danke für die gaben ich sage dazu jetzt mal nix also nee also nö ich habe einen moment gesehen ich schlage mir immer den kopf an danke für die gaben weg geht schlafen meine süßen menschen gute nächte wer geschlafen die leute hier die wir erschossen haben da sind die es sind sie sind alle da sie haben sie nicht warten wir haben sie reingelassen es ist gleich eine große halle voll mit gefahren also voll mit gegnern ja nacken wir weg safe sind du als komisch in avatar mussten sie die ganzen ganzen clans zusammenrufen und hier haben wir sowas vier klans und gewinnen die scheißen ok jetzt geht die tür auf und dann kriegen wir den arsch wieder ja ich mach sie jetzt gerade auf ok aber ich hab nur die bürger kurz aufgeladen ach die machen das guck die dinge sieht das so einfach aus ne ja schwuppsi wupps sind alle tot wir müssen in irgendeiner halle sein stand da eigentlich gerade kommt vielleicht noch oh so viele menschen ok oh was ich sneek da gar nicht hat gar keinen sinn mir wird nicht gesneekt ne ich sneek auch nicht gefällt es weg ei 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 wo müssen wir hin 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 alter stirb ok mensch 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 wenn man überlegen die geschütze die geschütze ja deswegen kann um dein leben ich hab's geschafft schnell kurz was essen nina minna minna hola lapel schnell was fressen ok dann wo doch alle drinnen also eigentlich ist es egal wer von uns beide dieses zeug jetzt hier heck ja beide können das hacken je nachdem wer schneller ist ja aber ich lass dich auch das ist aber nett scheiße nein du musst mit hacken ich bin hier gerade abgekackt oh mein gott ok ich weiß nicht ob mein gehirn so schnell ich hab's geschafft ich hab's geschafft das ist das ist die halle niemand darf es nein 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 bleib sitzen vergessen da kommt mensch von links da kamen mensch rechts kommt noch eine warte der wird jetzt da hinkommen oh boah komm Ich mach die Dinger kaputt, weil ich hab keinen Bock, dass die nachher der reinklettern. Ich geh schon mal irgendwo nach oben. Wir latschen mal wieder alles nach hier. Bummt hier jetzt noch was, oder? Nee, ich bin jetzt hier oben. Ich bin bei dir noch, aber da waren jetzt noch so viele Leute. Noch eine. Längs. Du, geh doch schnell. Ich bin bei dir jetzt noch mal. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin da. Perfekt. Was ist jetzt? Hier ist zu. Hä? Hä? Ah, geht auf, geht auf. Ah. Er hat's aufgemacht. Scheiße. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Lass die Sessport in Basis rein. Oh, wir müssen nach da oben. Mit dem Geschütz und alles? Scheiße. Habt ihr das gesehen? Ich renne. Ich renne einfach wie so eine Behinderte einfach durch die Scheiße durch. Hier ist ein Seil hoch. Einfach Chaos. Ich sehe eine Rakete. Ich höre eine. 3. Das ist grün. Wir können rein. Oh mein Gott. Da muss ich wieder die Scheiße mit den Motten machen. Beppo, das hier ist, ist Heavy Shitter. Haben wir es jetzt geschafft? Wir lassen sie rein. Wir lassen sie rein. Oh mein Gott, jetzt kommt ewiger Battle. Jetzt kommen alle die Ikans auf. E. Ach Scheiße, die kommen ja sofort bei uns. Ach du Scheiße, guck mal die Brücke ran. Die schießen einmal, die sind tot, ne? E. Ach du Scheiße. Oh oh. Ähm. Ich glaub ich bin jetzt da hinten. Ich glaub ich bin jetzt da hinten. Ich glaub ich bin da hinten drauf. Ich glaub ich bin da hinten drauf. Ich seh ich jetzt. Wir müssen jetzt nach hinten. Wir müssen gleich zu irgendeiner Antenne, glaub ich, oder so. Steht hier. Wo sind die anderen? Alle reingegangen? Das sind ja nur die Accessoires. Da fehlen doch noch welche. Siehst du? Ja, jetzt müssen wir die ausschalten. Die Antenne ist hinter der Brücke. Die ist ganz da oben. Um. Oh mein Gott. Was? Kommen wir raus? Ach da hinten. Ja. Ja, safe laufen wir. Obwohl, eigentlich wär die Dings ja ausgewählt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Die sind voll in die Menschen reingeraten. Guck mal, hier ist schon mal eine. Es sind aber mehrere Antennen. Oder bin ich jetzt dumm? Ich hab eine. Ist jetzt was passiert? Oh oh. Oh oh. Ja, wir haben keine Sekunde. Wir haben eindeutig keine Sekunde. Oh mein Gott. Ich hab keine Dinger mehr. Wir haben keine Sekunde. Ne. Ah, hier. Zerstöre die Luft... Waffen der Luftabwehr damit die... Ah, scheiße. Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Oh. Das ist mir zu viel Druck. Lass mich hier hoch. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Oh mein Gott. Hier müssen wir hin. Wir müssen die Luftabwehr kaputt machen. Die beiden oben? Ja, damit die anderen reinkommen können. Kriegen wir die kaputt? Ich weiß nicht, ob sie sich ausklassen will. Welche Antennen jetzt? Meine Gnade. Oh nein. Und dann greifen wir gleich. Doch, Sekunde. Wir haben keine Sekunde, Johnny. Lachen nicht. Ich weiß nicht, wo dieser Scheiß ist. Du läufst den Menschen. Das sind so viele Menschen. Ich weiß nicht, wo dieser Scheiß ist, Mann. Ich weiß nicht, dass hier 1000 Menschen sind. Komm her, du kleiner blöder Wischt. Wo auch? Zerstöre den Sicherheitskassen der Antenne, der weiter oben hängt. Der weiter oben hängt. Achtung an das Personal. Ich sehe halt, ob nichts Blaues ist. Da bin ich bescheuert. Ich hab's. Was muss das hier sein, ne? Ja, ich hab's schon kaputt gemacht. Okay. Zerstöre die Waffen. Jetzt können wir die Waffen zerstören. Nee, können wir auch nicht. Geh wieder weg. Taylan, wir brauchen Zeit, oder? Gebt euch gegenseitig Wehkunft. Ja, Taylan, du brauchst Zeit. Junge, wir haben keine Sekunde. Bruder, geh einfach weg, Witze. Oder wer schießt mit dem hier die ganze Zeit an? Das sind Menschen. Ich hab' mir weggemacht. Ich hab' mir weggemacht. Das hier, also, ich fühl' mich ein ganz wenig, wenig gestresst. Nein. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nur ein klein bisschen. Nur ein klein bisschen. Ja, ich kann nicht auf ihn schießen, ey. Wo müssen wir hin? Ich bin, ich bin. Ich wäre das Computer-Terminal. Okay, let's go, Degas. Oh, was ist ja? So ein Bixen steht der dahinter, seiner kleinen Kante. Ich hab' lapp' ihn aus. Ich fühl' richtig die Musik. Ja, ich kann nicht mehr. Haben wir's geschafft. Sehen wir jetzt? So ein Huhn. Ja jetzt müssen ja in die Ikane alle reinkommen. Ja. Ja. Gesundheit. Was? Aber alles! Was? Was ist das Botto? Was ist das Botto? Was ist der Botto? Was ist das Botto? Was ist das Botto? Schau mal hin. Was ist das Botto? Ich habe wirklich Bock draus. Wir kommen zurück! Direkt über mir! Werte sollten auf eine mechanische Fähfunktion hin. Kann das jemand sich verprüfen? Warte, wenn die zu duschen jetzt. Achtung! Warte zu vereinen! Protokoll folgt! Ich muss versorgen. Ich renne hinter der! Ich putze die weg, die wir von hinten nehmen wollen. Die sind richtig auf Krawall gebürstet. Merkt man das? Alter, der... Oh mein Gott! Der hat den Ding ist dabei. Der hat das Paket zu erfassen. Das bist du ja! Willst du näher kommen? Ich bin richtig hoch gejumped, ey. Wie so ne Irre. Ich nehm ein Stöckchen mit. Ich geh schon mal rein und guck mal. Ich seh alles gelb. Ich geh schon mal rein. Ich geh von rechts. Ich geh von rechts. Schnelle Evakuierung zu höher liegendem Standort. Bestätige. Trampsen, ein Ziel ist in der Luft. Alter, wo jetzt schon wieder? Ab ihn. So, wo lang? Wahrscheinlich hier unten lang, alles klar. Wo? Hier. Ah, hier. Komm mit. Oh mein Gott! Wie Call of Duty. Ich bin blind. Schlimmer wie Call of Duty. Ich wette es wäre mehr da, wäre ich leiser gewesen. Hä? Ich stehe doch neben dir. Ah. Ich stehe doch neben dir. Oder? Ich stehe doch neben dir. Bei der Förderung. Folge der Förderungslauf. Welchen Förderungslauf? Hä? Ich glaub wir müssen woanders hin. Aber dann muss es uns doch blau angezeigt werden. Ah! Förderung! Das war hier oben. Ach. Du Scheiße. Die Tür ist vorhin zugegangen. Aber nee. Hier unten lang muss es richtig sein. Da blinkt was. Da hinten ist es nämlich blau. Hä? Alte und die epische Musik die ganze Zeit. Hier steht wieder Warte auf Verbündete. Ah, jetzt Mensch. Bei mir steht das wieder. Hä? Ich fahre doch jetzt die ganze Zeit bei dir. Ja. Oh, dann. Warte mal. Die Gitter. Aber es ist richtig nicht durch den Gitter. Da müssen wir durch. Bei mir ist angekommen, weil wir seine Friede hinter dem Sicherheitsglas und haben anschließend nicht mehr. Viele Optionen. Es geht nur Stamm des letzten Momenten. Warte mal, Z. Seht ihr uns nicht? Sehst du uns nicht, Bur? Was ist das? Ah, jetzt. Ich wollte auf ihn schießen. Ja. Ich bilde dir nichts ein. Ich bin ein Penner. Ich kann den Penner. Ja. Wie gib dich zur unirdischen Startkammer. Lauf links weiter. Und hinter dem Schacht erreicht ihr diese Stelle, an der es weiter nach unten geht. Okay. Jetzt kann ich wieder Chi machen. Nicht mit uns. Wir sind schneller. Wir kriegen ihn. Auf einmal. Ich habe ihn. Warte. Ich bin kein Stein. Ich bin ein Zeichen. gerne reden, war. Der Möse. Wir gehen ganz runter? Ja. Oh, mein... Alter, wenn sie überhaupt noch leben. Gib dich zur Startkamera. Achso, ja, ja, machen wir ja gerade. Warte, ich muss noch was essen. Oh, ist eine gute Idee. So, dann weiter. Bin ja auch wild. Und der versteckt sich für eine kleine... Na? Es ist gar nichts vorbei. Ich habe hier niemanden hängen gelassen. Du bist in Täuschung. Oh, er ist sowas von tot. Das war ein ekelhafter Hund. Die Steinwächter ragen aus dem Nebel empor. Da würden sie sich verpüssen. Wie alt sind sie? Welche Kraft war nötig, um sie aus dem Boden zu heben? Wie viele Geschichten von rätselhaften Wesen... Wie sollen die Tarsporte zerstören? Tankstützen, Tankstützen. Wo sind die? Oben. Eine. Die andere, auf die andere Seite. Jetzt haben wir... Wir haben sie doch beide zerstört. Was willst du jetzt noch? Nein, die müssen komplett kaputt sein, glaube ich. Ah, hier, da. Da. Sollen wir die dann kaputt kriegen? Schieß drauf, oder? Nein, das ist schrecklich. Äh? Noch eine. Wie geht das kaputt? Oh, Leute, ey. Ey, es reicht. Ich bux dich weg. Danke für die Gaben. Okay, okay, okay. So, die ist kaputt. Wie hast du sie kaputt gekriegt jetzt? Ne, ich hab, ähm... Die Dinge ins... Aber wie kriegt man dieses scheiß Teil da kaputt? Wenn's offen ist, wir müssen die Dinger, wenn... Sie müssen... Wir müssen sie ranlassen, die Dinger. Noch nicht kaputt schießen. Sie müssen erstmal da ran, dann gehen sie auf. Und dann müssen wir sie kaputt schießen. Ich versuch... Ich versuch rechts. Jetzt. Jetzt. Schieß, 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 schieß. Okay, eine ist kaputt. Scheiße, da kommen wieder welche. Ich mach die weg. So, ich mach die weg. Komm! Okay, okay, okay. Haben wir's? Haben wir's? Haben wir's? Nein, Menschen, Menschen, komm! Manuell? Liegst du nicht? Du stirbst. Ich kann nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Hey, ich hab' einen Freund. Wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit. Wo bist du? Ich muss zu dir. Alter, der stirbt nicht mal! Auf die goldenen Dinger! Oh, einer ist weg! Ja, ich hab' dir geholfen. Oh nein. Oh nein. Hier wird's warm. Wir sterben. Entkomme. Entkomme aus dem... Da! Da! Es ist... Es ist... Da, 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 da. Komm jetzt. Alter, was ist das für eine krase Scheiß? Es ist... Es ist noch nicht zu lange. Ah, warum geht die Tür jetzt zu? Dein Ernst jetzt? Komm mit! Die Tür ist zugegangen! Welche Tür? Warte... Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Hä? Ich komm' echt nicht durch. Warte, warte, ich versuch', ob ich zu dir komme. Mit schnellen Reise? Ja, aber ich weiß es halt nicht. Nein, die geht nicht auf! Ich versuch' sonst hier kurz rauszukommen. Vielleicht kann ich ja dann... Kannst du vielleicht dann zu mir kommen? Nochmal, welcher? So durfte es wieder ein Schlau. So durfte es. Ich weiß ja auch nicht, wo lange Hilfe. Soll ich mal klopfen? Warte. Warte. Klingeln kann ich, Mann. Ich schaß gar nicht klingeln. Ich hab nur noch eine Minute Zeit. Das ist mir zu viel Druck hier. Allmann wurde nach 21 Uhr macht keiner mehr auf. Jetzt wird Polizei gerufen, Mann. Sag's dir. Ich bin ja gerade komplett überfordert, ne? Ich ruf' gar nicht mehr. Ich ruf' gar nicht mehr. Nicht gemein, nicht doch nicht. Was? Wohin jetzt? Ah, hier. Das. Ja, ich muss hacken. Das ist jetzt natürlich scheiße, dass du jetzt hier nicht mit... durchgehen konntest. Aber warum nicht? Hä? Nee, nee, nee. Ist die Türe zu? Bleibt die Türe zu? Er hat das am besten gesagt. Das war nur noch mal der von den Rittern. Boah, ich kann nicht so schnell hacken. Boah, ich bin so unter Strom. Guck, du hast geschafft. Ist die auch schwarz? Ja, ja, ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sag ich doch, der stirbt. Du hast es auch gesagt. Ja. Ja, guck mal, du bist wieder bei mir. Beppo? Hm? Er opfert sich. Gut, so. Hast du nichts an das verdient? Eigentlich... Man kann ihm eigentlich nicht böse sein. Er ist so aufgewachsen. Verstehst du? Das sind wir alle. Ja, aber er war einfacher zu manipulieren. Er war naiv. Oh, Mösser wird nicht sterben. Oh. Glaub mir das. Es gibt ja noch einen zweiten Teil, ne? Ja, genau. Der wird nicht sterben, der Vogel. Der wird sich verpissen. Oh, ich hab jetzt so Angst, dass wir Taylern sterben sehen. Sehen wir. Oh, ich hab jetzt so Angst. Oh, ich hab jetzt so Angst. Oh, ich hab jetzt so Angst. Und dann sind wir so, nein, nein. Ja gut, ein Ikran, wir haben den noch nicht zur Dekoration. Oh mein Gott. Alter, mein Kopf explodiert gleich, was ist das für eine kleine Scheiße? Aber er ist nicht tot, wir haben ihn nicht getötet. Er lebt safe noch. Wir denken, er ist gestorben, weil es explodiert ist. Aber Taylan hat es geschafft, hä? Ich bin ja noch gar nicht so weit. Ja, das ist weg. Ich gebe alles drauf. Ja. Das war ja am zweiten Teil auch nicht. Am zweiten Teil war ja auch da. Ja, stimmt. Ja. 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 Du mal die Klasse, Junge. Ja. Gar nichts. Gar nichts zu melken, du. Richtig. Ich finde, dass wir in Lella ihre Haare sind so wunderschön, ne? Ja. Wahnsinn. Guck mal, überleg mal, ich bin immer noch nicht 20, ne? Ich bin immer noch 19. Hm, bin ich 18. Deswegen jetzt, wie viel wir noch machen müssen, oh mein Gott. Ich hab so viele Quests noch, ich muss so viele Clan-Dinger fertig machen. Sachen sammeln. Ja, und das ist halt trotzdem jetzt viel viel einfacher. Finde ich. Wenn du die Haupt-Quest durch hast, kannst du die Neben-Quest alles Stück für Stück endlich machen. Wo will denn mein Ikran hin? Der macht ins Urlaub. Nee, der ist nicht. Alles klar. Oh mein Gott, das Spiel ist einfach vorbei. Pippo, das Spiel ist vorbei. Dann ist das Spiel vorbei, ja. Aber bei dir ja nicht. Bei mir aber eigentlich auch nicht. Nee, wir haben noch so viel zu tun. Jetzt können sie einen wegnehmen. Nee, wir nehmen sie auch nicht. Oder? Jetzt hab ich Angst. Nein. Nein, ich hab noch die ganzen Quests. Bist du noch bei mir in der EU? Ja. Ja. Wer redet hier? Er ist nicht tot. Er ist sicher nicht tot. Er redet gerade. Ich hör ne Priya. Bei mir hat grad... Jetzt hör ich Priya. Ich hab doch gesagt, dass der Penner lebt. Was glaubt ihr denn? Ich hab einen neuen Bogen bekommen. Und ich bin fast 20 jetzt durch den Bogen. Das ist ein übertrieben Wapperbogen, kann das sein? Anscheinend der ist ja todesstark. Oh mein Gott, bei mir ist einfach fast ein ganzes Level hoch. Fast ein ganzes Level hochgesprungen. Nein, was ist denn? Hi Schmidt Happens! Wie geht's dir? Ich hab's nicht in der Kondor. Jetzt würd ich gerne wissen, wie stark meine Verschmutzung noch ist. Weil eigentlich müsste sie ja jetzt auf 100% sein. Warte, wo waren wir noch? Ja, sind alle, ne? Lass mich mal rein, Leute. Ich muss mal sehen, wie soll meine Verschmutzung haben. Ich hab einfach noch 18. Das geht gut, wenn ich's nicht abwenden. Ich guck mir jetzt meine Verschmutzung an. Meine Verschmutzung steht bei 100%. Es ist sauber. Bei mir nicht. Ich hab noch so viele zu machen. Ich kann dir aber helfen. Du hast auch mir geholfen. Einfach so viel bei mir übersprungen. Was haben wir noch? Das kann ich hier noch quarten. Quarten. So, jetzt muss ich auf die Ecke spenden für das Gusch. Ja, ich kann mich nur ein bisschen stärker machen. Jetzt wirst du sehen. Ich werd dir helfen. Munir kommt nie wieder unten. Natürlich. Mein Gott. Da stell ich sie so ein. Ich schätze sie nicht mehr. Nein. Um Gottes Willen. Ich hab einer Freundin ihr geholfen, wegen der 20er Base. Und dann hatte ich Angst, dass sie mir nicht hilft. Und ich kenn dieses Gefühl von Angst. Deswegen, never ever. Ich würde helfen direkt. Brutal. Brutal. Aber ich werd heute nichts machen können, weil ich muss ins Bett, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Es liegt zu viel Schnee, du kannst nicht schlau bei euch dann gehen. Bei uns nicht. Das ist umgelaufen. Ja, aber da liegt trotzdem viel Schnee. Deswegen, das interessiert manchmal nicht. Ja, wirklich so abends. Irgendwann würde ich gern ein Stück aus Ahner Hechtseide herstellen. Wie, du bist hier noch am Fetten, ne? Nein, nein, ich stehe hier. Ich schreib gerade nach. Okay, nicht dass ich dich jetzt einfach so rausschmeiß, weißt du? Nein, nein, alles gut. Ho, 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 ho! Ich bin schon 20 Uhr zu, weiß. Oh Mann, hast du dich neben 21 Uhr gemacht? Ja. Die waren fast nur eine Stunde. Die ist eine Stunde dran, ne? Hast du die lila Punkte schon alle gesammelt? Nee. Da muss ich auch noch alles machen. Ich glaube, das hat Beko schon alles gemacht. Ich hab noch so viel zu tun. Das Beste ist, die die Base, die ich gerade mit ihr gemacht habe, ist gar nicht bei mir auf der Map. Nein? Nee. Egal, wenn die nochmal kommt. Yolo. So schwer war die nicht. Nee, es geht, ne? Wir sind beide schon mal fast gestorben. Ihr habt Glück. So. Der eine Teil. Ah, hier auch. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Morgen sind wir da. Oder? Ja. Becker ist sowieso da. Ich bin immer da. Marcel. Also wie gesagt, nach der Arbeit komm ich direkt wieder in den Call und chill dann erstmal da drinnen, bis irgendwann irgendwer irgendwann mal... Ich bin morgen Abend, wenn dann erst da. Ja, ich bin ja auch erst gegen 17, 18 Uhr zu Hause. Also... Bei mir hängt es davon ab, ob ich... morgen arbeiten gehe oder nicht. Hm. Also, wir können nicht arbeiten. Ähm, Marcel, heute war wirklich... Ich hab geheult mit einer Idiotin im Auto. Wir sehen uns morgen, Elin. Bis morgen. Wir hören uns. Tschüss. 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 Tschuu. Frau Holli, weil du nicht zur Arbeit kommt hast... Ja, aber das... Es war wirklich... Es... Weil ich hätte ja Home Office gemacht, aber wie... Wie doof muss man sein, dass man sagt, nein, wir haben lieber, du meldest dich krank. Herzhaft? Ja, sie haben lieber, du meldest dich krank, als wenn du zwei Tage Homeoffice die Woche machst. Also tut mir leid, wie dumm musst du sein? Das heißt, ich sag ja nicht, in welchem Betrieb ich arbeite. Aber was für eine dumme Einstellung ist das bitte? Weil heute war es echt schlimm, ne? Sogar mein Papa musste ins Krankenhaus heute Morgen. Ich hab meine Mama angerufen und meinte so, ja Mama, ich kann nicht zur Arbeit fahren. Ich hab mega Angst. Und dann meinte sie so, ja, wenn ich nicht mit Papa ins Krankenhaus nüsse, würde ich auch nicht rausfahren. Sie haben, weißt du, Webbook, hier sperrt, das ist ja sofort hier um die Ecke bei mir, ne? Ja. Sie haben eine Stunde gebraucht. Das sind zehn Minuten normalerweise. Zehn Minuten, Leute. Meine Eltern haben eine Stunde gebraucht. Ich hab ja noch Echse zu meiner Mama gesagt, fahr früher mit Papa los. Hatte ich ja recht. Schon gleich der erste Teil vom letzten Gebiet fertig mit Punkten. Ich decke gerade den letzten Rest auf. Mit fliehen. Gott sei Dank, jetzt sind wir mal nicht so viele Punkte im letzten Gebiet. Ich wäre ja jetzt bereit, Fortnite zu spielen, aber er ist ja jetzt nicht mehr dran. Er kommt ja schon. Ja, aber so, ich bleib auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ich hoffe, es ist morgen früh nicht mehr so viel, ähm, Schnee liegt. Wie die Gäste? Bei uns, glaube ich, kaum noch Schnee ist ab. Mich hat es halt eben nur genervt. Sie wusste, ganz Luxemburg wusste, dass so viel Schnee fallen wird, aber niemand hat die Idee gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ja, wie man kennt es, wie die deutsche Kommission. Niemand hat Salz. Schnee kommt so plötzlich. Ja, ne, so, so wurde ja auch nicht vorausgesagt, zwei Tage im Voraus, aber jodoh. Nicht weg, nicht weg, nicht weg. Das bringt sowieso nichts. Aber hätte ich halt auf der Arbeit gesagt, ich komme nicht wegen dem Auto, dann hätte die Antwort daraus bestanden, dann hätte ich dann bestellt hier ein Taxi. Ja, da kann ich ja mal knicken, Freunde, ich habe die ganze Map aufgedeckt. Juhu. Ah, wie viel das jetzt, wie lange ist das geworfen? Oh, wie viele Bases haben wir noch gemacht? So, der nächste Teil freigeschaltet. Ja, wir wollen schon die nächste kleine Base. Also, mir folgt jemand, der heißt König. König, sag ich. Ist das nicht das Auto? Dope. Guck hier auf, Schulen mussten heute abgewagt werden, weil die Leute das nicht wussten, oder was, mit dem Schnee. Komm, ihr wollt sich doch verarschen. Luxemburg ist so ein Dreck in dieser Wache. Du meinst, da steh ich jetzt dazu. Oh mein Gott, sie reden von früher, als wir diese Internetseiten, dieses High Five. Und, ähm... Guten Abend. Ah, ich bin da. Komm zurück. Fliegen wir! Wer redet da gerade so? Jera, Luris. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, ja! Doch, mal bei Beppo rein. Oh nein! Laufs Pixel, er streamt auch, hm? Pixel. Was macht die gerade? Ja... Geht's schon beim Handy. Ja, Marcel, dann komm, wir spielen. Ja! Ne? Gerade irgendwie keine Lust. Ah, komm, sei noch, es ist zickig. Ich zickig. Äh, Deco ändert das Spiel auch nicht, ich weiß es jetzt schon. Doch, ich kann uns wechseln. Komm, wir spielen Fortnite zum Viert, komm. Komm. Schätze noch. Ist da was? Und dann, und dann gehen wir, gehen wir, oder ich geh schlafen. Ich wechsle das Spiel, meine Kinder. Ups, ich seh, oh Gott, ich vergesse immer, dass ich live bin. Ich liege immer also meine Freunde auf der Face-Dich. Mit echtem Namen, ne? Und so. Was hast du mir da geschrieben? Geschickt? Ich fliege einfach meine Freunde so. Es ist sowieso niemand mehr da, außer... ...Massag... Geht das Bild, bitte, Kevin. Dieser Betrieb ist unfassbar. Ich hoffe, mein Spiel funktioniert jetzt. Ich hab echt Angst, dass mein Spiel jetzt komplett abfuckt auf, ähm... Ach, der Play-Z. Was ist für die Musik ganz am Anfang immer von Fortnite? So, dann, dann wechselt meine Freunde. Ich komme direkt. Was war das? Ich hab heute zum ersten Mal wieder Fortnite runtergeladen, und alles hat sich verändert. Ja, das ist echt brutal. Ich kenne gar nichts mehr. Gibt jetzt sogar Lego Fortnite. Das stimmt. Äh, wie heißt du auf Epic Games? Äh, wir auf Discord und TikTok. Oh, dann, dann wechseln wir zu Fortnite. Gucken wir mal, ob ich dich finde. Gucken wir mal, ob ich dich finde. Eine Zeit lang habe ich so viele Leute geendet auf, ähm... Äh, das war auch ich nicht mehr, Mann. Ich hab letztens mal eine ganze Liste so geputzt bei Fortnite. Jaik Lux. Hoffen wir, dass es der ist, ne? Gibt nur einen Ästen. Oh, Aporette ist hier. Oh mein Gott, zum Schlafzimmer ist Fenster zu. Komm mal, Sam, motivier dich ein bisschen. Okay, Beppo, komm mal, guck hier. Auch nach euch. Komm mal, machstí,SAG. Ich halte das dürμάlich, was. Ich halte die battige, seitens zu, agieren... ทำ die Linke tatsächlich nicht einfach nur für die Bundeskanzierung. aber zum J daughter. Achss amsteps, wer 돼. Die Zeit Geld ist sowas zusammen. das ist dann gar nicht.